So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Nun erforschen wir hier diesen wunderschönen Wald. Sehen Sie sich die Sonnenstrahlen an. Wunderbar, ich liebe es. Und mit der Information, falls zwischendrin die Facecam ausgeht, bin ich das zu entschuldigen. Der Akku ist schon ziemlich schwach, aber ich möchte unbedingt noch weiterzocken und euch weiter unterhalten. Komm, fangen wir an, kleines Mädchen. Haha, wir müssen hier vorwärts. Cool. Lass uns jagen, schade. Wo? Ah, da ist das Gewehr. Cool. So. Jetzt haben wir jetzt schon eine Winchester. Jetzt sind wir natürlich top motiviert, uns hier durchzukämpfen. Ja genau, steck sie einmal wieder weg. Ich habe natürlich keinen Plan, wo es hier lang geht, weil alles verwinkelt ist. Aber wir werden uns hier durchkämpfen. Werden uns einen Weg suchen, haben einen Weg gefunden. Und gehen ganz friedlich durch diesen Wald. Sagen wir uns ja. Und haben eine Quarantänezone. Oder was auch immer das darstellen soll. Lassen wir uns das Tor öffnen. Cool. Dann öffnen wir es eben nicht. Das ist natürlich traurig. Nein, da oben ist ein Stacheldart. Wir müssen irgendwie drumherum. Mein Kind, mein Kind. Nicht verzagen. Papa, Trailfragen. So. Wir finden hier mit Sicherheit noch etwas. Jawohl. Wow, da. Fireflies. Ich meine, echt die Blumenchen. Ja, das sehe ich. Schön, schön. Schöne Glügelchen. Ich... Ich musste das einfach tun. Hier geht es nicht rein. Hier geht es nicht rein. Was ist denn das hier? Warum geht es denn hier nichts rein? Leute, jetzt kommt schon. Ich habe noch kaum noch Kamera hier. Ah, und da hoch. Und da hoch. Ich gehe da mal hoch und sehe mich um. Was ist das? Dick, ein Hackball. Nahkampfverbesserung. Okay. Ah, da, 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 da. Cool. Das ist natürlich geil. So. Die Frage, wie kriege ich das jetzt hier hoch, ne? Das da hoch, das da rüber. Ja, das ist mir klar. Nutze Bretter, um Lücken zu überbrücken. Ja, das ist... Normalerweise hat das so den Sinn. So. Das wäre so ein kleines Mädels, schafft wieder gar nichts. Los, jetzt zieh dir mal das Brett hoch. Jawohl. Ta. Ich bin einfach zu gut für die Welt. Schon sind wir hier. Hä? Das kommt drauf an. Du warst noch nie hier, oder? Ich weiß, dass er hier lebt. Aber nein, ich war noch nie selbst hier. Wenn man noch nie hier war, dann kann man natürlich viel... ...wissen und rausfinden und so. Wir sind hier meiner. Okay, komm. Hm. Jawohl. So. Leute. Wir sind nun in einem... ...Ort, den... ...ich nicht beschreiben kann. Sei vorsichtig. Nicht, dass du fällst. Okay. Eine Flasche. Ein Stein. Eine Treppe. Verschlossene Tore. Ein Ziegelstein. Noch eine Treppe. Lauter Treppen. Oh mein Gott, ein Clicker. Oh mein Gott. Alter, geh weg von dem Clicker. Mädchen. Weg hier. Alter Scheiße. Noch ein Clicker. Eindeutig zu viele Clicker. Das ist gar nicht cool. Boah. Gerade immer hat er mein Herz einen Sprung. Ohne Scheiße. Ohne Scheiße. Uhu. Uhu. Yeah. Ich hab irgendwie das Gefühl, hier sind zu viele Clicker. Vor allem schlafen die alle, oder was? Oh. Getriebe. Tutten wir mal lieber nichts. Schokolade. Ja. Mit nichts drin. Ja. Alter. Was will denn der von mir? Schokolade. Oh, Kugeln. Schön. Nur mit dem Unterschied, dass wenn ich jetzt eine Kugel hier abfeuere, komplett alle Clicker sagen, ey, komm, Bodypack. Ohne Witz. Ohne Witz muss ich die Klicker töten, oder so? Oder komm ich auch so hier durch. Ich hab nämlich das Gefühl, ich muss die töten, oder so? Was ist, wenn ich die nach töten will? Ohne Witz muss ich mal sagen, oder? Probieren wir mal unser Jagdgewehr aus. Alter, unser Fatschkink auch. Ganz trocken. Viel, viel, lange nach Ladezeit. Alter. Alter. Kacke, Mann. Warum hat eigentlich ein Klicke Jagdgewehr Munition? Kann man das irgendjemandem erzählen? Ich hab mal die Waffen nach. Ja, was ist denn? Da ist ein Stein. Okay. Ja. Lasset uns mal alles etwas. Was können wir mal herstellen? Messer. Messer ist immer gut. Medikit. Medikit ist auch immer gut. Wort auf Cocktail, noch nicht. Toll. Hab ich jetzt ernsthaft wegen Flaschen Munition vergeudet. Gott, fett. So, jetzt mal ohne Witze. Leute, wo geht's hier weiter? Oh Gott, mir kommt ein bisschen. Wimperm auch. Brenn wie ein Sau. Hier. Äh. Na bitte. Das war's. Shit. Äh, gut. Kann wieder ins Herstellen. Jagdgewehr Munition voll. Aber da war nicht viel Munition in das Ding, ne? So, auch schnell wieder was herstellen. Moltov konnte ich herstellen. Oder noch ein Messer, nämlich die bei einem Messer. Ah, Moltov könnte ich kurz mal herstellen. Das ist gut. So. So. Oh. Oh. Normale Knarre. Och, nö. Der ist von der anderen Seite verriegelt. Hier, hilf mir hoch. Nein, das kommt gar nicht in Frage. Na, ich heb dich nicht hoch. Wie sollen wir das sonst aufkriegen? Gut. Stell den Fuß auf. Wenn die jetzt natürlich, wie ich gerade sehe, die Facecam ausmachen und das arme Mädchen da drüber krabbelt, ist natürlich nicht cool. Weil sie keine Ahnung haben, was auf der anderen Seite ist. Mal sehen. Gut gemacht. Tata. Neh mal mit. Jetzt hat er einfach die Eiskalt verbessert und weggeworfen, das geht mir gar nicht. So. Jetzt sind wir hier in der schönen Stadt. Und werden nun... Also, dein Kumpel hat ein Auto für uns. Schauf's. Und was dann? Ja. Dann suchen wir Tommy. Marleen, meint er, ist dein Bruder? Wichtiger ist, dass er mal ein Firefly war. Er weiß, wo du hin musst. Okay. Okay. Er lebt weit weg von hier. Deshalb brauchen wir das Auto. Hello again. Hey, da! Zwerge. Ja, das sind Zwerge. Ja, das sind Zwerge. Mann, ich hatte ein Bilderbuch mit Zwergen. Ich fand sie immer so richtig niedlich. Das sind Zwerge. Aber fehl nicht. Die letzte Aufnahme sein, die ich heute mache. Aber egal. Das nächste Mal ist die Facecam wieder an. Das sind ja jetzt nur noch etwa drei Minuten oder so, wo ich aufnehmen werde. Schätze, schätze ich mal. Hey, coole Kneipe. Ich hätte gerne Coke. Wow, sieh mal da. So. Ich kann schon wieder einen ganzen Haufen Messer herstellen. Jawoll. Na gut, eins. Aber dafür noch einen Molotov. Das ist schön, so muss... Nein, ich werfe jetzt keinen Molotov hier rein. Hast du das schon angesteckt? Alter, bist du des Wahnsinns. Dann gefällst du eine Knarre. Was? Schon mal gespielt? Nee. Aber ein Freund von mir war voll verrückt nach diesem Spiel. Da gibt es wohl diese Frau namens Angel Knives. Ähm, wie soll das nochmal? Sie schlägt dir ein Loch in den Bauch und tritt dir dann den Kopf ab. Schön. Ich war nie ein großer Fan von sowas. Ich würde es gerne spielen. Alter. Was war das? Da ist gerade eben die Decke runtergekommen. Das soll aber so nicht sein. Denke ich mal. Oh, was haben wir denn da liegen? Oh, noch mehr Teile. Ja. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wo versteckt sich der alte Knacke. Oder was auch immer. Ich suche. Aber alt oder junges. Weiß ich ja nicht. Weiß ich ja nicht. Weiß ich ja nicht. Hm. Wirkt aber ganz schön verlassen hier. Nicht gerade der belebte Punkt hier. Oh mein Gott. Oh Mann. Oh krass. Was war denn das? Das ist eine von Bills Fallen. Dein Freund ist paranoid, oder? Das kannst du laut sagen. Verdammte Scheiße. Lasset uns Algo und alles sammeln hier. Alles weggehen. Oh mein Gott. Komm mal da rein. Oh du. Na bitte. Oh Mann. Du musst mir zeigen, wie das geht. Okay. So muss das Säu. Gleich schon wieder. Ah, da haben wir ein Messer kaputt gemacht. Das ist doch scheiße. So. Das ist noch so ein Ding. Das ist noch so ein Ding. Ein Bogen. Alter, geil. Ein Bogen. No Trespassers. Gut. Ja, ja. Ganz ehrlich, der Winkel hier ist viel zu spitz. Keine BG würde die jetzt abnehmen. Boah, da steht ein Bogen rum. Äh, sieh mal an. Gib ihn doch mir. Ich, ich kann ziemlich gut damit umgehen. Für Waffen bin weiterhin ich zuständig. Tja, wir hätten beide Waffen. Als Absicherung. Vergiss es. Ach so. Darf ich nur ein einziger Pfeil haben, oder wat? Was hab ich jetzt eigentlich? Ah, okay. So. Und da hoch. Und dann schauen wir, was wir da oben haben. Und was haben wir? Wir dürfen jetzt rein. Komm hoch. Okay. Wie wir sehen, haben wir nichts. Deshalb tun wir das Ganze in der nächsten Folge weiterführen. Bis dahin, macht's gut und haut rein. Bis dahin. Bis dahin.